um es ist eingeklemmt sein und das geht reiche als weg stand ja mieten auch immer das war's auch danke Gut, es funktioniert ein bisschen wie ich es mir vorgestellt habe, aber so in der Form Ich habe eigentlich auch keine Funktionen, fragen Sie mich bloß, wieso da keine Funktion habe im Moment Wie geht das schon wieder verflucht? Super Peruuu Sag mal, wieso seid ihr so leise? Ich habe keine Lust euch zu halten Der war der Tag so anstrengend Du kannst der Oma erzählen, das ist doch auch was schönes Ich kann der Oma erzählen Welcher Tag? Ich schlafe tagsüber Kein Hobby ist der Junge Nee, ich mache das gar nicht Wartener aggressiv küm Jetzt werfe ich ihm nicht alle Auch leider Wasch Ich weiß, dass es sich neugrunde ankommt, das kann sein Psst, komm schon raus Guck Das sind so Mäusemelken hier Ich lebe nicht nur noch, so hast du schon zu mir, meine Schall und neid, also Creeper und so, ob den ganzen Rotz Daniel, dein Einsatz Bleiben wir ja fern Gibt leider den Creeper-Skin, so rutschen Ja, weil wir halt nicht aussehen wie Creeper Aber wie ein Skelett könnte man doch bestimmt hinkriegen, oder? Warum denn nevying Creeper? Weil wir unten nicht die komischen vier Füße haben Die kann es doch unsichtbar machen, quasi Nee, wenn ich mich jetzt als Huhn Skin Machen würde Und du schlägst über mir Und du schlägst über mir Und du triffst mich ja trotzdem dann Ach ja Aber später kann man das irgendwo Jetzt hör auf mit deinem Mikrofon rum zu ruscheln Ich habe mich im Ohr gekratzt Ja, mit was denn? Mit deinem Mikrofon oder was? Mit dem Finger Ja, das klingt manchmal so komisch Ich sag da nichts dazu Aus dem Arsch ziehen, blöpp und ab ins Ohr Das ist ja Rentner-Telefon Senioren-Handy, Großtasten, SS, Mobil, Telefon, Notruf ohne Vertrag, Rentner 1S Das wäre auch der Intrash-Eros in Ruhe geworden, fuck Kann mir mal jemand ein Schwert vorbeibringen? Ich bin arm, ich habe nichts Ich test das Handy Du nutzt schon einen Bogen Sterb Nein Du wirst uns unbedingt so ein Handy für 20 Ohr kaufen, oder? Ist ja besser angelegt als Minecraft für 20 Ohr Ach ne, den wirst du gar nicht mehr machen Ja, hast du dir die Grundlage entzogen, oder? Scheiße, das war schon neun Schwach, schwach Philipp Nicht verbunter Zubi Ich bin verbunter Zubi Verbund! Betreiben sind aber auch ganz schön bunt, die Verbund Mhm In so viele, wie schmeckt es denn der Arbeit zu in der Bank? Ja, äh Läuft So, na gut Bankgeheimnis, tut mir leid Hör auf zu rascheln Machst mir Hunger Was frischst'n du? Puhje Ist das jetzt dein Frühstück, bevor du auf Arbeit gehst, oder was? Hm, stimmt, was sind das? Hm Hm Hänkerswahlzeit Ja, kann man so neun Da brennst du halt mit Lava, hä? Dicht brenn mit Lava, ja, das ist besser Wie befüllt man die, da muss man einen Trichter auf dem Ofen und dann Lava draufsetzen, na, auf den Trichter? Ja Nicht ganz, aber ein bisschen nah dran Mit einem Eimer Aufm Ofen werfen Unterm Ofen Genau Ist der Ofen aus Der Ofen muss abbrennen, er darf doch noch nicht mehr da sein Keine Übungen überhaupt abbrennen, er ist aber stein Ja, mit Lava-Schuhn 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 Ah, hier ist es klettert Oh, du finstere Lava-Ecke, hä? Na gut Ich bin in Köln, in Köln, irgendwie ansteuern Schiss Philipp, wir nehmen hier auf Wir nehmen die ganze Zeit schon auf Bitte, frage Ich find's eigentlich stiftet, dass ich das Wasser aus mir ausgescheiden hab, so Einer von neu spälen Bitte sehr Das kommt nie ein Das hier über dem Pferdestall Achja Und das da links daneben ist noch ein Geheimnis Gibt's das mit die Gäule nun endlich oder überhaupt? Nein, das gibt's noch nicht, aber ich bereite mich schon drauf vor Wie, was links? Was hier jetzt noch hinkommt, auf die Fletsche, weil der Pferdestall wird nicht so riesengroß Okay Nicht Hätte aber gehört Dann trennst du die entfernten Maultiere und Esel und so? Ich will doch keine Maultiere haben hier So ich mit denen Wie geht's mit den Ihren Hast du ja schön Daniel Höhöhöhöhöhöhö hier hier geht hier schon weiter vor allen Dingen bei hier hat Daniel mich geschlagen ich dachte schon du wärst hin um hier zu hast du nix zu tun? doch das fragst du den ehrlich noch? ach so scheiße ich hab schon mal eins vergessen ein Wunder ist geschehen er kann wieder reden und das ist vorbei den würdest du trotzdem noch bringen ja so ist abgefahren du kannst ja wenigstens den Zuschauer mal lernen warum du die letzte Folge so ruhig warst muss immer sein tue Ruhe bringt Ruhe in euer Leben ich glaub ich hab die Unschaltung falsch gebaut unser Schutzball ist mal hier ein Slime Spawner als alles andere heil ein Schleim Spawner das sind doch gar nicht im Sumpf Mensch doch nicht viel weh Eis ja ja mit Wasserhast nicht ja stimmt noch nicht weil es völlig schlägt das ganze Gebiet hier ich hab hier überall eine E1 rauskriechen ne ich hab mir eine E1 rauskriechen wieso denn ne weil 1 und 1 Null wird hier in dem Spiel wirst du? ja auch geht scheiße ne welch ne genau das ist meine Vermutung jetzt hab ich ne E1 bei der E1 und Null hast E1 und E1 gibt Null sag ich doch ich hab die Unscheine falsch gebaut ich hab das mal belesen hätte sie dich da auf nicht vorbereiten können ich dachte die funktioniert noch dadurch dass der Wasser drauf gelaufen ist achso dann kannst du nichts dafür tut mir leid tut mir leid ich dich beschuldigt hab so ich kriege doch war ein Spaß Philipp du hast ja übrigens ganz schön dicht gepflanzt ich hab dich verobachtet ich weiß das ich weiß das soll ein richtiger Wald werden richtig dichter Wald wurde sich gewünscht baut man einen richtig dichten Wald ich wollte schon sagen wir setzen erst einen Busch hier rein damit es richtig dicht wird aber Typ ist nicht ganz dicht also wenn das Ding immer brennt dann brennt es ja genau wenn du jetzt Bäume holen willst dann geh ein Stück weiter weg oder setzt wieder hin dann setz die immer hin das ist schön kriegst einen Pfeilenkopf oh scheiße im Fuß das gibt es überall 7 Cent die ist du brennst C 62 wäre jetzt schärb ja erstmal 10 Sekunden drinnen bleiben 3 Herzen 2 1 halb 1 1 ah bei den Updates soll es dann auch Namensschilder geben und die kannst du zum Beispiel so in irgendwelche also außer NPCs und Monstern kannst du den Namensschild jeden umhängen den du willst also zum Beispiel mit einem Schwein also kann ich einen Harald nicht Harald nennen ne einen Harald kannst du nicht Harald nennen ein Creeper kann ich auch nicht Creepy nennen ne das ist gut ok aber du kannst ein Schwein äh Garten nennen oh das klingt gut Schweingott Schweingott zum Beispiel ha 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 klag doch mal über dein Leid ne ne na geht's doch gut jetzt geht's gut hast du schon die frohe Botschaft gehört hast du schon die frohe Botschaft gehört Alter kannst du dich mal einigen ob du das Ding in Ahr steckst oder so ha 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 hast du das schon gehört wenn das jetzt ha 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 ha